Moin Leute, was geht? Ich habe ein Tuning gemacht zu dem Dodge Challenger SRT Hellcat. Ich wusste nicht mal, dass es ein Hellcat in dem Spiel gibt. Richtig krank, ne? Habe ich irgendwie komplett ausgeblendet, dass da Hellcat steht, aber es gibt einen. Den haben wir auf jeden Fall im Livestream getunt bei Twitch. Viele waren auf jeden Fall auch dabei, das weiß ich. Und wir sind damit auch auf dem Harley-Davidson-Track gefahren. Richtig nice. Wo kann man ja normalerweise nur Mopeds fahren, dann sind wir da gefahren. Ich mit dem Türke zusammen, mal eine witzige Runde. Ja, das ist zwar ein Tuning-Video, sollte eigentlich auf dem Kanal kommen, aber ich habe mich einfach dazu jetzt entschieden, wirklich alles, was auf Twitch oder beziehungsweise im Livestream passiert, alles auf meinem neuen YouTube-Kanal hochzuladen. Deswegen wird das Tuning auch nicht hier sein, sondern auf meinem neuen YouTube-Kanal. Und sobald ihr dieses Video hier seht, ist das auch schon da, das Video. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Der Link zum Kanal ist unten in der Videobeschreibung drin. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Abo da, wenn euch der Content da gefällt. Und da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Bis zum nächsten Mal.